Das Ziel im Projekt Digitalisierung von Hochschulzeugnissen als schleswig-holsteinische Landeslösung war die prototypische Vergabe digitaler Bachelor- und Masterabschlusszeugnisse im Campus-Management-System HISS-in-One. Dies werden wir nun anhand folgender Schritte vorstellen. Anlegen eines neuen bzw. Erweitern eines bestehenden Auftrags aus Administratorensicht. Erstellen eines Abschlussdokuments aus EXA-Administratorensicht. Übertragen des signierten Abschlusszeugnisses aus HISS-in-One in die MeinBildungsraum-Wallet. Wir beginnen mit dem Anlegen eines neuen bzw. Erweitern eines bestehenden Auftrags aus Administratorensicht. Wir befinden uns auf der Startseite des Systems. Unser Ziel ist es, einen bestehenden Auftrag zu erweitern, damit die Studierenden ihr digital signiertes Abschlusszeugnis direkt in die MeinBildungsraum-Wallet senden können. Zunächst loggen wir uns als Administrator in das System ein. Wir navigieren zur Auftragsverwaltung und bearbeiten den Auftrag »Zeugnis«. Es werden nun die verschiedenen Schritte angezeigt. In diesem Schritt wird ein Anhang für das PDF erzeugt, eine XML-Datei im X-Hochschule-Format. Im PDF-Enhancement-Jobstep wird die XML-Datei zum PDF hinzugefügt. Die Signatur erfolgt an dieser Stelle mit dem offiziellen Siegel der ausstellenden Institution. Nun fügen wir einen Schritt hinzu, um das Dokument an die MeinBildungsraum-Wallet zu übertragen. Im Auswahlmenü wählen wir »Send to Wallet Output Step« und fügen diesen hinzu. Im nun erscheinenden Schritt wählen wir »Send to Enmeshed« und setzen den Wert auf »True«. Anschließend verschieben wir diesen Schritt an die richtige Stelle. Wir passen den Dokumentnamen auf »Hochschulabschlusszeugnis PDF« an. Abschließend speichern wir diese Bearbeitung und loggen uns wieder aus dem System aus. Nun folgt das Anlegen eines Abschlussdokuments aus EXA-Administratorensicht. Das heißt, als Sachbearbeiterin in der Prüfungsverwaltung. Zuerst loggen wir uns ein. In dieser Rolle erstellen wir ein Abschlussdokument für eine Studierende, in diesem Fall für Katharina Albrecht. Wir befinden uns in der Ansicht »Leistungen bearbeiten pro Studierendem«. Hier klicken wir auf die Registerkarte »Berichte«. In dieser Registerkarte können Abschlussdokumente erstellt werden. Wir setzen dies als Bescheidanforderung um und wählen als Bescheidkennzeichen »Zeugnis«. Die Druckvorlage und die Abschlussprüfung sind voreingestellt und die einzig verfügbaren Optionen. Wir fordern den Druck des Abschlussdokuments an. Der Druck kann auch wahlweise durch die Studierenden erfolgen. Wir gehen darauf später ein. Nun sehen wir, dass eine Bescheidanforderung für Katharina Albrecht erstellt wurde. Damit ist der Prozess abgeschlossen und wir können uns wieder aus dem System abmelden. Jetzt nehmen wir die Perspektive einer Studierenden ein und übertragen das signierte Bachelorzeugnis aus HisInOne in die Mein Bildungsraum Wallet. Wir loggen uns auf der Startseite von HisInOne als Katharina Albrecht in das System ein und wählen »Studienservice« aus. Hier klicken wir auf die Registerkarte »Persönliche Einwilligungen« und stimmen zu, die »Mein Bildungsraum«-App zu verwenden. Dann wechseln wir zum Smartphone und scannen den QR-Code, um eine Verbindung mit der Wallet herzustellen. In der App »Mein Bildungsraum« klicken wir auf »Kontakt hinzufügen« und scannen den QR-Code. Der neue Kontakt wird akzeptiert. Die Rückmeldung vom System erkennen wir am farbig hervorgehobenen Profil. In HisInOne wählen wir nun die Registerkarte »Bescheide – Bescheinigungen«. Dort können wir das Zeugnisdokument erhalten. Wir wählen das Druckersymbol. Das Dokument wird jetzt zum Download angeboten und parallel in die Mein Bildungsraum Wallet übertragen. In der App ist jetzt eine Nachricht eingegangen. Nach der Bestätigung können wir das Dokument herunterladen und öffnen. In beiden Systemen ist nun die gleiche Datei vorhanden, sowohl als Download im His-System als auch in der Wallet. Betrachten wir jetzt das erworbene Abschlussdokument im Detail. Wir befinden uns hier im Adobe Acrobat Reader. Als erstes sehen wir einen grünen Haken, der deutlich zeigt, dass das Dokument unterschrieben ist und alle Unterschriften gültig sind. Ein Klick auf das Unterschriftenfenster führt uns zur Detaildarstellung. Unser Siegel stammt direkt von D-Trust. Im Anlagenbereich finden wir ein XML-Dokument mit den maschinenlesbaren Zeugnisdaten im X-Hochschule-Format. Dies ist eine wesentliche Neuerung und kann zukünftig helfen, voll digitalisierte Prozesse für zum Beispiel Anerkennung oder Empfehlungssystemen zu gestalten. Zusammengefasst sind mit dieser prototypischen Lösung folgende Schritte für die Vergabe digitaler Bachelor- und Masterabschlusszeugnisse im Campus-Management-System His-in-One und die Übertragung in die Mein-Bildungsraum-Wallet notwendig. Anlegen eines neuen bzw. Erweitern eines bestehenden Auftrags aus Administratorensicht. Erstellen eines Abschlussdokuments aus Exa-Administratorensicht. Übertragen des signierten Abschlusszeugnisses aus His-in-One in die Mein-Bildungsraum-Wallet.